Audio to go präsentiert Die Spinne von Paul Finch Es liest Dagmar Bittner Police Constable Mark Hackenberg konnte sich nicht mehr genau an den Namen der Straße erinnern, auf der er parkte. Sie führte am oberen Rand eines Abhangs entlang, der mit Abfall übersät war und sich zwischen zwei Trabantensiedlungen befand. Offiziell galten sie nicht als Trabantensiedlungen, aber ihm erschienen sie so. Kleine, chaotisch zusammengewürfelte Ansammlungen von Sozialwohnungsblöcken aus rotem Ziegelstein. Sie waren weit genug voneinander entfernt errichtet worden, damit sie auf dem zerklüfteten, instabilen Untergrund dieses großen, postindustriellen Brachlandes, das für Greater Manchester so typisch war, überhaupt stehen konnten und nicht abzusinken drohten. Nicht, dass Hackenberg, oder Heck, wie ihn seine Kollegen nannten, seiner unmittelbaren Umgebung gerade große Beachtung schenkte. Er wurde von den blutroten Lettern des leuchtenden Logos auf dem klotzigen Gebäude am Horizont in den Bann gezogen, das die Key Street dominierte. Granada TV Das Senderlogo mochte als Symbol Nordwestenglands Kultcharakter haben. Doch inzwischen war es eine altehrwürdige Leuchtreklame, die irgendwann in den 1950er Jahren angebracht worden war. Inzwischen schrieb man das Jahr 1997. Das bedeutete also, dass der Schriftzug schon wie lange da oben hing? Seit mindestens 40 Jahren? Wahrscheinlich war er nicht mehr im besten Zustand. Kein Wunder, dass er nicht mehr so hell zu leuchten schien, wie es ihm während der vergnüglichen Einkaufstrips nach Manchester vorgekommen war, die seine Mutter und sein Vater mit ihm unternommen hatten, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Vielleicht flackerten die Buchstaben sogar. Doch das konnte auch eine optische Täuschung sein, die daher rührte, dass zwischen ihm und dem leuchtenden Senderlogo gut sechs Kilometer lagen. Sechs Kilometer, auf denen es von Schieferdächern, Ziegelsteinschornsteinen und spindeldürren Fernsehantennen wimmelte, wobei das meiste von alledem zu dieser nachtschlafenden Zeit nur in Umrissen zu erkennen war. Granada Television, dachte er bei sich, und fragte sich kurz, was für Jobs es dort wohl geben mochte. Ob sie für ihre Produktionen wohl Polizisten als Berater einstellten? Das war keine schlechte Vorstellung. Das Problem war natürlich, dass er gerade mal etwas länger als zwei Jahre dabei war, was kaum jemanden beeindrucken dürfte und erst recht keinen abgebrühten Senderboss. Aber was spann er sich da zusammen? Er würde nirgendwo hingehen. Man hängte seinen 17.000 Pfund pro Jahr Job nicht an den Nagel, bloß weil man Zoff mit einem seiner Vorgesetzten gehabt hatte. Sergeant Crawford war der elendste Wichser unter allen elenden Wichsern. Das wusste jeder. Er saß ihnen allen hin und wieder im Nacken. Doch vielleicht reagierte Heck wegen seiner Probleme zu Hause momentan empfindlicher darauf als sonst. Aber egal, man gab seinen Beruf nicht auf. Denn das war es, was Heck hatte. Einen Beruf. Nicht nur einen Job. Bloß weil irgendein aufgeblasenes Arschloch sich besser fühlte, wenn es hin und wieder jemanden grundlos zusammenstauchte. Sein Funkgerät rauschte unaufhörlich wie Wind, der durch verfallenes Mauerwerk dringt. Für Polizisten, die in den frühen Morgenstunden allein auf Streife waren, war es ein vertrautes Geräusch. Doch es blieb immer unheimlich. Es beschwor Bilder von einer Einöde oder Wildnis in einem herauf und erzeugte ein Gefühl von Isolation. Doch gleichzeitig gemahnte es einen auch, auf der Hut zu sein, indem es einem in Erinnerung rief, dass da draußen, jenseits des Bereichs, in dem man etwas sehen und hören konnte, etwas vor sich ging. Das hier war die Nacht in der Stadt. Eine Zeit, zu der schlimme Dinge passierten, und ein Ort, an dem schlimme Dinge passierten. Das musste so sein, sonst wäre man ja nicht da, oder? Man würde nicht in der Dunkelheit lauern und die Lage beobachten. Ein Wächter des Friedens, aber zugleich auch ein Jäger, der geduldig auf seine Beute wartet. Natürlich trug nichts von alledem dazu bei, dass man sich stark fühlte. Man war ebenfalls verletzlich, da draußen, in der Finsternis, ganz auf sich allein gestellt, von seinem Beruf dazu verdammt, beim ersten Anzeichen von Ärger mitten reinzugehen. Oh nein. Und dann kremstvis von graffiti companien. someone blopper. Mira Kids. Thank you. Saydeni. God. drilltorcat. I'm walnut için. Ich träum. Ohio間. Krigliaryischije, und특 divine j chef. eine Is complained.